Willkommen zurück zum ersten Mal letzten Part vom Fußballmanager 2014. Wir machen das Saisonende und die EM 2016 und werden mal schauen, gespannt wie unsere Spiele abschließen. Ja, machen wir einfach mit, wir haben genug Geld. Sponsorwünsch Vertragsverlängerung, Google, die können noch Geld abdrücken. Ja, dann kriegen wir 420.000 Euro von ihnen. Nochmal Google. Ja, dann unterschreiben wir es lieber. Der hat alle Trainingszile erreicht. Ist immer noch in unserer A-Jugend und ist schon einiges wert. Der ist jetzt zunächst für unser Startthema, kann man gut weggeben wieder. Verleihen oder so. Und die Europameisterschaft in Frankreich beginnt. War sie ja sogar in der Realität auch. Oder? Hat sich gerade Blödsinn? Ich glaube, sie war in Frankreich. Verbessert mich, wenn es falsch ist. Wie da wurde Spieler des Monats? Schon wieder Google. Wie viele Verträge haben wir mit Google? Ja, das nehmen wir an. Also kriegen wir jetzt 1,3 Millionen ungefähr von Google. Ach man, dann überbieten wir ihn wieder. Und Lewandowski hat jetzt eine neue Erfahrungsstufe. Der ist bei der Nationalmannschaft. Dann sehen wir unsere Spieler abschließend in der Nationalmannschaft. Sarko fällt aus. Kaya ist wieder fit. Und da ist auch der Urlaubsbeginn für alle, die nicht in der Nationalmannschaft sind. Bekleidung. Ja, Jack & Jones verlängern wir. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, er ist... Achso, weil es EM ist. Nee, er ist zurückgetreten von der Nationalmannschaft. Warum denn das? Der könnte doch bestimmt da spielen. Der wäre doch wahrscheinlich einer seiner... Der Besthinde von ihm. Im Kontraus auch nicht dabei. Sonst sind alle dabei. Urlaub nach Europameisterschaft. Zwei Wochen. Dann geht's jetzt los mit der EM. Wie sind die Gruppen? Italien. Uh, Frankreich verliert. Italien, Ungarn sind beide vorne. Und Kaya von uns hat verloren. Spanien hat auch verloren. Belgien. Viele Überraschungen. Uh, die Gruppe ist überschwer. Polen hat verloren. Hoffentlich kommen sie dann auch in der Gruppe mit Deutschland weiter. Das Ding hat 90 Minuten gespielt. Oh, Engel hat 4-0 Belgien besiegt. Polen verliert gegen Wales 2-0. Werner macht drei Tore gegen Griechenland. Und Draxler macht ein Tor gegen Griechenland. Ähm, 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 ähm. Wem wollte ich gerade noch gucken? Ja, die Schiedi hat 63 Minuten gespielt. Ist immer noch rechtzeitig wieder fit geworden. Und war es der jetzt auch wert? Wahrscheinlich nicht. Ne, war er nicht wert. Dann ab nach Hause. 80.000 in den Sand gesetzt. Und es geht weiter. Zweiter Spieltag ist um. Polen hat das zweite Spiel gewonnen. Und Wales gegen Deutschland nur unentschieden. Frankreich wieder nur unentschieden. Frankreich ist bisher so die Enttäuschung der Gruppenphase, würde ich sagen. Von unseren Spielern hat England, äh, 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 äh. Also, der England verliert gegen Montenegro mit 1-0. Die haben doch bestimmt kaum guten Spieler, ja. Also bitte. Polen gewinnt 1-0 gegen Griechenland. 3-3 Wales gegen Deutschland. Und Massimo Bruno hat auch ein Tor gemacht. Ah, neun Spiele, acht Tore, eigentlich voll gut. Und Kai hat das Tor gemacht beim Unentschieden. Die besten Jugendspieler. Hm, sind ein paar von uns dabei. Und jetzt nach dem nächsten Spieltag. Polen hat wieder verloren, diesmal gegen Deutschland. Äh, wie sie sehen, der Angrung aus Belgien ist jetzt wieder auf Platz 2 gerutscht. Frankreich erobert sich den Platz zurück, wir gucken mal nach. Und Italien-Wales, da ist keiner von uns, glaube ich, dabei. England ist unser bester Stürmer dabei. Belgien ist Massimo Bruno dabei. Und Deutschland sind einige von uns dabei. Oh, diesmal hat er sogar zwei Tore gemacht. Lewandowski, ja, die waren, hoffentlich kriegt er da keinen Down-Kind, weil die so schlecht waren. Und er hat acht Spiele, 15 Tore, der geht richtig ab in der Nationalmannschaft. Der auch. Eingewechselt und macht sofort ein Tor. Oh, Kelly ist mal zum Einsatz für England gekommen, freut mich für ihn. Und jetzt, wie geht die nächste Runde aus? Mhm, Scout-Liste. Vier Sterne, achso, Koke. Ja, da brauchen wir gerade keinen neuen. Und England kommt weiter, weil sie 4-0 gewinnen. Italien kommt weiter. Und Deutschland kommt weiter, spielt gegen Niederlande. Wir haben die Spieler so gespielt von uns. Das Ding hat immer so, naja, Noten. Waltham hat jetzt drei Tore gemacht. Wer hat schon wieder drei Tore gemacht, hat er voll die kranke Statistik. Der, wenn Deutschland vor allem noch weiterkommt, als jetzt ins Halbfinale, bekommt er safe ein Upgrade. Und dann gehen wir mal weiter. Und Deutschland gegen England im Finale. Waltham und Sean Kelly von uns gegen unsere Deutschen halt. Waltham wieder mit drei Toren. Wer hat dann mit einem Treffer... Uh, gelb-rote Karte. Ist ja da, glaube ich, ist ja dann im Finale gesperrt. Weichkeit gar nicht. Gelbe Karte bekommt Gündo an. Kelly hat wieder gespielt. Und Götze, uh, hat eine Verletzung bekommen. Nach 15 Minuten. Und jetzt kommt das Fußball-Quiz. Und wir sind so gut. Ich muss mir mal öfters üben. Äh, kommt nicht zum Abendessen, das Team ist doch eh weg. Das ist noch jetzt eben im Finale. Sie lagen richtig. Sie haben das Saisonziel erreicht. Disziplin ist weiterhin hoch. Faire Chance für ältere Spieler. Und Deutschland zerstört England im Finale. Weil wenn man da guckt... Ja. Haben... Die haben... Ja, zwei... Äh, haben unsere beiden Spieler über eine 84. Und wenn man dann auf Deutschland guckt, haben die... Auf jeden Fall einen deutlich stabileren Kader und auch deutlich mehr Spieler über der Stärke. Und Deutschland hat die EM gewonnen. Ja, und Werner hat leider nicht im Finale mitspielen können. Elftes Turnier ist Timo Werner, Steven Whiteham von uns, Götzes von uns, Schraus von uns. Erfolg für unsere Spieler. Acht Tore Whiteham, zehn Tore Timo Werner. Spieler des Turniers, Timo Werner. Was, 77 Millionen Mark hat er jetzt auf einmal. Frankreich, ja. Welche Enttäuschung. Jetzt kommt die Auf- und Abwertung. Sollte das nochmal interessant. Oh, minus zwei Lewandowski. Das ist wirklich mies. Der... Box sich Werner vor allem. Er ist schon an Lewandowski vorbei. Plus eins. Steam Whiteham kriegt wieder plus eins. Das ist auch gut. Anita bekommt plus eins. Werner plus zwei. Nennen bekommt plus eins. Büttner plus eins. Das Video von uns auch plus eins. Und das war's. Lewandowski, ja. Er zieht sehr weit weg. Die meisten Spiele von uns. 77 Spiele von Whiteham. Ter Stegen die zweitmeisten Spiele. Dann kommt Joard. Und dann Draxer, Werner, Götzel, Lewandowski und Hummels. Und 64 Spiele haben wir absolviert. Achso. Mit der Nationalmannschaft wahrscheinlich noch. Und dann wird jetzt nochmal ein Autosave durchgeführt. Und der Fairness-Preis geht an... Grond... Codno. Oh, Julian Draxer ist verletzt mit einem Sehnenriss. Kommt, ich wollte nochmal kurz pausieren. Geht hoffentlich noch. Ne, leider nicht mehr. Der MFA Cup im Halbfinal leider ausgeschieden. Finanza geht nur 76 Millionen Euro. Beste Entwicklung Timo Werner. Budgets. Haben wir eingehalten. Oh, Lewandowski war sogar der Joker-König. Ich dachte eigentlich eher Werner. Und Taktik haben uns verschlechtert. Schade. Dann können wir den Übergang in die neue Saison machen. Und das war's dann erstmal von diesem Projekt. Wenn ihr noch eine vierte Saison sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber jetzt kommen erstmal andere Projekte. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Alessar. Ciao.